Das Display wird offen und das zu Ende aufmachen, weißt du? Ja, naja... Na ja, das ist das Dunkel... Lass ihn abschleifen, die Scheiße hier! Ah! Wann rausschleifen? Geht's los? Ja. Es ist aber Trash hier hinter, das ist bei UBO, es ist einfach davor so. Aber es macht glaube ich mehr Sinn wegen der Stage-Karte hier. Achso, wir könnten aber auch so machen, das stimmt. Ich glaube, ich mach das wirklich so. Ja, das... Dann siehst du auch mein Trash auf, oder? Ja, theoretisch schon, eigentlich, ne? Okay, First Five. Boah, die hängt auch noch gar nicht ab, die Karte. Boah... Scheiße, ich weiß nicht. Das ist immer normal, Alter. Drei... 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 Vier... 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 Ach, scheiße, wie ist der Profil? Das ist gerade falsch. Das ist ein Deck ist falsch. Dann willst du noch mal abheben? Ja, das ist egal. Mach ich keinen den Karten-Trick, Alter. Ich wollte das nicht jetzt, das ziehe, das heute im Arm zu zwischen. Also, das konnte das früher bei UBO auf dem Fall. Das habe unten meine Hand hergelegt und dann mischst du halt von unten hoch. Ja, okay, aber bei krassen Turnieren sitzt auch immer jemand neben dir. Ich glaube auch, der Gegner darf sogar auch noch mal mischen. Also, das glaube ich, abheben und sogar noch mal mischen. Ab Herzen hast du mir deinen Haufen. Ja, ich misch den, du misch den. Das wäre auch kurz so. Dann hebst du selber vielleicht noch mal ab, Ema. Ach so, okay. Ist mir eigentlich von der Sache halt egal, also. Der hat einfach nicht geil. Ich hab mir die Sleeves um Ende bei der Karte gemacht. Ach so, oh. Scheiße. Was ist hart? Was ist hart? Weiß Bescheid, Alter. Schick, schock, schock. Drei mal mit Stein gewonnen. Schade, da sieht man das glaube ich nicht, Alter. Im Video, Alter, unser schick, schock, schock, oder? Ah, nee, aber ich kann das eindenken. Ich kann das rüber sprechen, man hört es ja. Du musst halt eh die Audio trennen davon, weißt du. Okay, geil, ne? Fuck, Alter. Ja, nee, nee, ich glaube, zieht man nicht, oder? Nein, ich glaube, wir haben hier hinten, ich habe auch einmal hier hinten gemacht. Ich bin dran, war? Nope. Ja, Klappau. Der gleiche Blocker, ja. Monster Blocker, Alter. Ist auch geil mit dem weißen Musik, muss ich sagen. Na, Pfeffer. Aber ich glaube, ich mache ihn sogar auch noch in weiß rein. Ich finde sie so besser aus, Alter. Blau wird noch geil sein. Es gibt noch ein paar andere Farbe. Ah, es ist eine extra Farbe, da rummacht. Aber ich habe 30 Euro bezahlt. Ich weiß es nicht. Ich habe grün, blau, rot, schwarz und weiß. Ich habe fünf Stück für 30 Euro bezahlt. Also 100 für 30 Euro. Sind? Ich resse einen für einen Django. Vielleicht nochmal hinten die durch. Ich darf ihn nicht angreifen, ne? Nein. Du es. Also auch nicht nur ein Lieder. Ach so. Das könnte ich ehrlich nicht sagen. Ich würde fast schon sagen, ja. Na? Obwohl es deine erste Runde war. Aber ich bin Zweiter vielleicht, oder? Ich weiß es nicht, Alter. Ach, weiß ich nicht. Ja, dann müsste ich jetzt aber so lange spielen, was... Naja, du musst ja nur als Zweiter starten. Wie? Irgendwie. Kannst du nicht gegen den Bot spielen, als Zweiten starten? Ich kann gegen mich selber spielen, Alter. Ja, oder so, genau. Stimmt, das hätte ich vorhin auch mal gemacht. Ähm. Ja, müssen wir jetzt warten mal aus. Ja, sonst würde ich dann wieder attackieren halt. Ja, würde ich blocken. Dann nicht. Dann würde ich dazu führen, dass meine Karte weg ist. Und mein Blocker weg ist. Den Glover aber nicht. Also schließlich nicht. Du kannst ja... Ich weiß auch nicht, aber es könnte sein sogar, dass man es machen kann. Weil wir haben am Anfang... Naja, dann hätten wir die allererste Runde ja auch anders gespielt. Ja, wir haben immer ohne gemacht eigentlich, ne? Ja, scheiß drauf. Aber wir können es ja trotzdem ausprobieren, sobald es geladen hat. Ich würde jetzt auch mal sagen, wir... Wir bleiben jetzt erst mal dabei, ja. Wir lassen das so, wie es ist. Finde ich aber auch fair, muss ich ehrlich sagen. Wir lassen das so, wie es ist. 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 Zwei Donn-Karten. Nee, Draw und dann Donn. Ja, okay, ist egal. Ja, Refresh. Draw und dann Donn. Verstehe ich aber auch nicht. Das ist auch eine komische Reihenfolge, finde ich. Anstatt, dass du Refresh dann gleich Donn dazu und dann ziehst. Wäre eigentlich viel logischer. Ich spiele Apu. Apu, er ist ja. Scratchman! Mit zwei Rests. Und greif dein Donn an. Mit 5.000? Genau. Ähm. Wo war das durch? So, du bist jetzt nämlich dran. Nee. Kann ich nicht. Kann ich angreifen. Hier steht Action Attach. Where is that Donn to Annie? Das ist aber seine Fähigkeit halt. Ah. Okay, gut. Macht auch Sinn. Dann kann ich angreifen. Aber der erste darf auch ziehen. Hast du darauf geachtet? Der zweite meine ich. Darf glaube ich auch ziehen, oder? Der zweite hat jetzt bei mir 6 Karten. Ich bin in der dritten Runde. Ich hab jetzt auch 6 Karten. Wenn du der zweite bist, bist du der erste der 10er. Genau. Aber ich darf nicht angreifen. Lass mich an. Perfekt. Du greifst an mit 5. Auf meinen 5, oder? Ja. Auf deinen 5er. Auf deinen leaders. Ähm. Ich setze schon. Dann haben wir eigentlich schon coole Regeln. Wir legen uns ein bisschen zusammen, Alter. Weg. Finde ich geil. Leben von 9. Also ich wollte ausrechnen, wieviel ich kriege von dir, Alter. Wegen den Scheißleaves, Digga. Also erstmal kriegst du von mir 30 Euro. Für... Bin ich? Jetzt Digga. Ja, du... Sorry. Ich bin? Genau. Eine Karte ziehen. Aber wär ja auch schon wieder... Ja, wär auch falsch, Alter. Das ist total dämlich. Aber nixig. Drei ab. Also, ich hab... Ja, mit dem Dosen musst du gucken, Alter. Ich geb dir einfach ein 10er oder so, oder 12. Keine Ahnung, Alter. Ja, ein 10er passt schon, ja. Okay, also, ich... Lass dich ja, dass ich's... Ich reste einen Donner. Aber mit dem schreib ich eigentlich auch so. Fürs Navy Hauptquartier. Ist dir auch schon eine bekannte Karte. Ach so, das sind 3 Euro. Eine kostet 3 Euro. Weil das sind ja 500 Karten. Einmal sind 50. Dann krieg ich 3 Euro. Oder 6. Ja, okay. Aber erzähl, sorry. Mach ich jetzt nicht. Ja, on play. Ich kann wieder einen von den Charakter minus 1 machen. Und dann nehm ich den nach. On play, ja. Das ist der Atzel also bei 0. Ja, okay, okay. Dann mach ich einen Don für Koby. Ja, und Koby darf ihn zerstören. On play, genau. Der darf einen zerstören, der Wither Coast auf 0. Aber ich muss eine Handkarte abwerfen dafür. Ja, und find ich auch schade, dass man nicht sagen kann, ich darf ihn aussuchen. Weißt du, ich glaub, das war bei Jo oder so. Wartet doch, dass ich die aussuchen darf, oder? Crazy, ja, echt? Manchmal, ja. Ich werf die ab. Und ähm... Fällt dir restet, oder? Ne, wird nicht mal gerestet. Ich muss eine von meiner Hand abwerfen und dann kann ich einen von deinen Neukaus dann ficken. Okay, gut. Was ich brauch. Ehre. Ehre, ehre, ehre. Der wird nicht gerestet, Alter? Der wird nicht gerestet, Alter. Das ist ja wie, Alter. Das ist ein heavy arzendly. Das ist ein heavy arzendly, Alter. Aber wie viele restete Karten hast du denn jetzt an Don? Du hast nur 2 gerestet? 2 gerestet. Und 2 hab ich active. Okay, Alter. Ach, stimmt. Für das Land da? Ist das eigentlich Lobby, Alter? Ne, das Navy. Haku. Achso, in der Redline, ja. Genau. Das riesige Ding da, Alter. So, mit Kobe kann ich eh nicht angreifen. Mit Django könnte ich aber angreifen. Ein Change, Digga. Ich geh erstmal mit 5 für dein Lieder. Das wird jetzt spannend, weil... Das ist schwierig. Spielt man jetzt den Konter aus? Ja, das weiß ich auch noch nicht so richtig. Am Anfang ist es teilweise auch gar nicht so wichtig, unbedingt. Weil du kriegst, du musst ja auch mal bedenken, du kriegst ja nochmal eine Handkarte, also nochmal eine Resource dafür. Das lernt man, glaub ich, über die Zeit, wann man kontert und wann man vielleicht das Live taket so. Schwierig, ja. Ich krieg nur mehr, ja? Ja. Ich bin schon glücklich. Ja, okay. Die Klupe, wenn irgendwann man das so weiß... Wunder was, Alter. Ja, die ganze Zeit. Okay, und dann... Jetzt geh ich gleich auf Nummer 2 und mit Django rein, Alter. Geh mal mit Django rein in die Olga, ist hier die Frage. Ne. Du bist dran. Ne, Elzin. Ne, Dun, Dun. Ne, Dun, Duns. Donny, Donny. So. Du bist mit Django und Irini haben, was du hier sagst. Ne. Ich hab jetzt 5 kleine. Spiele ich erstmal auf jeden Fall Kappa. Ach, Junge, Alter. Und, äh... Uruk. Ne, du bist auch immer am Start, Alter. Uruk. So, ich hab hier mal drin. Uruk. Und greif mit... Uruk, ey. Da geht er gar nicht. Ne, aber den kannst du nicht angreifen. Den kannst du nur mit deinem Andy-Mandy hier an... Abo. Ja, wie du? Andere Läufer. Ja, ich weiß nicht, ob das so klug ist. Das greif dir auch nicht so an, oder? Ja, ich greif dein... Dein Lieder... Mit... 6000 an, oder? Mit 6000? Ja. Achso, ich muss die Lieder. Ja. Ich, äh, counter. Mit der. Macht meinen 2000 mehr. Ja, dann bist du ja... Okay. Refreschen? Nein, dein Kobi kann ich gar nicht angreifen. Drone? Ne. Ist aber nur on play. Ja, leider. Aber der richtige Kobi hat, glaub ich... Kann, glaub ich, immer. Scheiße, Alter. Den musst du ziehen, wa? Den musst du ziehen, ja. 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 Ich fand das sehr interessant, wenn wir nachher die Dax umgebaut haben. Ja, Mann. Ich bin auch gespannt, wie es dann wird, Alter. Ich kann dir ehrlich nicht sagen, ob das... Ich weiß nicht, scheiße. Boah, du weh. Willst du deine normalen Karten? Wenn du so viel ziehst, dann auch nicht. Hier. Ne, ich glaub, die normalen Karten muss ich nicht alles liefen. Ah, das sind ja auch nur 1000. Also, na dann, Alter. Die kosten ja auch gar nichts, Alter, diese durchsichtigen, oder? Ne, ne. Ich mach 4. Also, damit zahlst du auch 23 Euro, glaub ich. Für 1000. Ja, okay. Aber das ist schon geiler von der Qualität für den Dingens. Das ist mein herz'n Momo. Jetzt hier auch noch, Alter. Und dann... Gehen wir, glaub ich, mal in den Angriffs-Modus rein. Und gehen mit 6 auf deinen Leader. Lidoino. Lido Rhino. Mit 6? Ja, mit 6 auf deinen Leader. Ja. Okay. Und dann... Du da. Und Play ist halt echt ass, Alter. Wäre geiler, wenn ich das immer einsetzen könnte, so. Und das kann, glaub ich, nämlich der Smoker auch. Der Smoker hat so den ähnlichen Effekt wie er, aber ich glaub, ich bin der Meinung, du brauchst weniger Dons für den Effekt. Also ich muss sagen, ich wechsle ja meinen Leader nicht. Rein theoretisch. Gibt noch ne geilere Leader-Karte. Von der Altart irgendwie sowas. Aber gut. Ach, du hast mit deinen Leuten... Die greifst du gar nicht an, oder was? Kann ja kein Angreifen von deinen, sind ja nicht geröst. Ich siehs'n Argument ja. Sonst hättest du schon keiner einen weggemacht, Alter. Das ist ein Argument, Alter. Ja, so. Ich mach hier 6000. Ja? Und greif dann Leader an. Mit 6? Ja. Ich hab 4 Leben noch, ne? Ja. Ja. Okay, ich block mit 2000. Erkannter mit 2000. Dann setz ich die 5000 auf Abu. Und greif mit Abu dann Leader an. Mit 5? Ja, klar. Ja. Ähm. Und du hast dann ne Bot-Karte natürlich von dir. Alles klar. Ja, okay. Check ich. Okay. Oh! Klingt nicht cool, Alter. Oh, klingt nicht cool, Alter. Ich hab nen Trigger, Alter. Ach so. Ich kann einen von deinen Charactern mit einem Coast 4 oder weniger zerstören. Ich nehm ihn, ne? Echt, Alter? Das ist Schockwave. Die ist überkrass. Die spiel ich auch 4 mal bei mir im Deck, Alter. Deswegen hab ich mir das Deck auch 2 mal gekauft, Alter. Das ist über-strong. Und der andere Effekt ist auch voll krass, Alter. Der obere Effekt ist auch sick, Alter. Du machst deinen Charactern mehr Power und darfst noch einen töten, Digga. Das ist überkrass, wenn du die auf der Hand hast. Auch für 2, Alter. Das ist voll krass, Digga, Alter. Krass, Digga, Alter. Krass, 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 Krass. Ich greife mit deinen Liedern. 5000. 5000, ja. Dann mach Wessich wieder live und greife nochmal den Tüten an. Okay. Achso, ich muss ihn in die Karte reinschmeißen. Mhm. Und dann... Und dann... Ist Donat. Alles klar. Ich sete das. Ich krieg immer schön, wie er hat. Das läuft ja schon, Alter. Ich greife alles. Achso. Das ist so. Ich hab da rein zu kurz gebehindert, Alter. Okay. Geile Sache, Alter. Ich sete 2 für meine Omi. Ja. Dann... Recks Oma, Alter. Das ist geil, Alter. Das hat dir das Leben gerettet. Genau, Alter. Kannst dich mal schön opfern, Alter. Ich seh halt dich, Herr Bracke, Alter. Drei Leben hast du noch. Yes, 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 yes. Ich könnte damit etwas reduzieren. Wie viel habe ich denn hier noch? Ich muss drei... Für meine Tüche kommt man in der Hand. Aber geil, ich muss den nicht dingsen. Das heißt, ich kann da noch angreifen sogar. Die Liga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne. Wenn ich den Effekt mache, versteht nicht, dass ich den Resen muss. Okay. Hm. Wie du jetzt? Achso, ja. 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 Das ist ein 3. Das ist ein 2. Aber wie glaubst du überhaupt was, den Arzeln hier wegzuhalten? Eigentlich schon, oder? Okay. Ich hoffe, das geht doch so kurz auf 0. Achso, ich muss dich auch noch mal beim Turnier legen. Ich finde so laut die Effekte... Spiele nach Zeit. Hast gar keinen Fall, Alter. Äh... Es sind keine Karten, aber ich muss ehrlich sagen, man kriegt die zwar so ein bisschen, die werden so ein bisschen runter, aber es ist gar nicht... 4 dabei. Ich kann nur mit allen Netze angreifen, ne? Ich hab nur die Ohmin, hab ich gesetzt. Ja, Mann, die da ist auch so ein bisschen nach oben gewelbt. Ja, es geht doch mal durch die Höhlen, das ist glaube ich ein bisschen so. Aber das wird nicht richtig geknickt, das ist nur weil die so ein bisschen auf Spannend ist, glaube ich. Das ist vielleicht gut, ne? Ja. Hat das gesagt? Ich mach zwei für Full Body, Alter. Dann ist aber auch dein Board Full Body, Alter. Ist das richtig Full Body? Das ist doch aber Kobi in Alt, oder? Ist das nicht Kobi, ist das nicht der, Alter? Kobi in Alt ist anders nochmal. Der hat nicht diese Dings, der hat extra hier diese... Hab ich das Kobi gehabt irgendwo? Ja, ich geh für 3 mit Kobi auf deinen Dings. Auf meinen Uruk? Ja. Uruk. Den Uruk, hey. Ich block den mit übrigens den alten Kobi. Mit 4, okay. Es sind 4. Das ist okay. Dann geh ich mit Django nochmal auf den. Ja, was? Kann ich verstehen? Kann ich alles machen? Mach weg die Scheiße. Mach weg die Scheiße. Ja. Dann geh ich mit meinem Momo auf deinen Nieder. Das ist doof, ihr Lauf, ja. Und dann geh ich nochmal mit 7 auf deinen Nieder. So eine krasse Fähigkeit. Also ich kaufe da, geh mit meiner Fähigkeit durch. Und geht es für alle. Ja, schön. Jetzt ist das Charakter, es ist Rusted. Ja, das hat man noch was an. Ne, wie soll ich die das? Ne, den bist du auf deiner Seite, würde ich mal sagen. Ich spiel den hier. Die Karte. Ich bin nur bei 8.000 dann, ja. Und er block den Angriff. Und der 1.000 und die andere? Ja, es gab 2.000 plus. Und das wieder mit... Du kannst die... Ja, der steht... Den set up to one of your Dawn Cards as active. Bleibt der eigentlich 1. Also wenn ich davon 4 Stück auf der Hand habe, dann bin ich ja unfickbar. Ja, das ist überall krass. Das hat die Frage auch für einen kosten. Die Frage ist halt, ob der die Rested wird. Und wenn der Angriff durch ist, dass die wieder aktiv ist. Ja, stimmt. Aber ist ja egal. Ist ja so oder so egal eigentlich, oder? Ja, aber wenn ich mehrere hintereinander auf die gleichen Angriff setze. Achso, ne, das geht glaube ich nicht. Das ist die Frage. Ja, weil du musst ja Resten erst. Dann ist ja Dingst. Durch den Effekt wird du dann wieder Endrest. Und dann könntest du es aber wieder spielen eigentlich. Aber du kannst dich doppelt. Wenn du so doppelt spielst, glaube ich. Dann brauchst du es zu zwei Karten. Hat Heike gefallen in der Macht, glaube ich. Echt? Ja, oder hatte ich vorher. Das ist das andere glaube ich noch, oder? Da hatte ich den Zweier. Den habe ich gesetzt. Und du war eine. Ja, genau. Aber ich habe ja weniger gesetzt. Ich hatte zwei Punkte, die waren minus. Zwei Lons. Hab dann den 1er gespielt, weil er eher noch viel aktiv ist. Weißt du, Greiner? Ja. Ja, okay, stimmt. Das ist fragwürdig, ja. Da steht ja auch extra Ren, Z ab. Ja, vielleicht ist wirklich dann erstes durch. Und dann kannst du sie wieder aktivieren, sozusagen. Das ist der erste Angriff sozusagen durch, weißt du? Ja, doch stimmt. Macht schon Sinn eigentlich. Ja, aber so ist es. Gains 2.000 Power during das Battle. Den, Komma, Setup, One. Klingt so, wie wenn der Angriff durch ist, kannst du danach noch eben positiv setzen. Ich glaube, so werde ich jetzt auch weiterhin spielen. Sonst macht es keinen Sinn. Ich glaube, ich bin dran. Ja, du bist dran. Denken wir, oder? Ja, klar. Allo Westen, Allo Westen, Allo Westen. Ah, ziehen schon dann. Kraft ziehen. Ah, Donshof hier. Wo einen habe ich jetzt? So. So. Ich spiele erst mal. Er hat drei, ne? Ich spiele erst mal drei Westen. Und spiele Killer. Killer. Und Killer tötet beim Einstieg in das Match dein Django, Alter. Der ist doch richtig hart. Der ist doch richtig hart. Der ist krass. Der ist krass. Der ist krass. Kannst du raufgeben, übrigens. Der ist krass. Ja, krass. Sehr gut. Ist geil. Die haben mich, glaube ich, achtmal im Deck. Weil die gibt es noch mal anders. Mit einer anderen Technik. Ah, okay. Aber dann müsste ich auf mein Buch gucken. Deckbuch. Mhm. Habe ich überhaupt eine Karte gezogen? Ja, weißt du. Sicher, ja? Ja. Oder? Du musst es mal wissen, Alter. Ich weiß nicht mehr. Ich denke nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß 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 nicht. Ist doch real. Ich würde jetzt hier nicht wieder anändern. Ich mache 4000 auf ApoSquatchman. Und greife deinen Kobi an mit 4k. Und reste die Don. Mit 4k? Okay. Gut. So. Dann habe ich noch 5 Don Karten. Dann greife ich mit 7000 dein Gab an. Ne, Momo an. 7000 auf Momo. 7 auf Momo. 7 auf Momo. 7 auf Momo. Wenn du höchstens ein Tausender Konter hast. Und damit auf jeden Fall nicht kontern kannst. Oder gleichstellen kannst. Und damit dein Momo verlierst. Du musst sterben, Alter. Dann mache ich das gleiche nochmal mit deinem Lieder. Und schmeiß dafür leider Basil Horkelns weg. Immer wieder. Mit 7 auf meinen Liederhauch. Mit 7 auf meinen Liederhauch. Ja. Du hast 2 Lehm. Ich habe 2 Lehm. Ne, also 3 Lehm. Yes, yes, yeah. Ich gehe für die Karte. Ich gehe für die Karte, Alter. Ohohohohoho. Nochmal Schockwave. In deine Fresse. In deine Fresse. In deine Fresse. Ja, jeder nur der, oder? Ne, 4 oder weniger. Ich kann ihn sogar ficken, Alter. Ja, okay. Was willst du jetzt machen? Das ist die große Frame, Alter. Das ist auch geil. Der Trigger ist Playlist Card. Das ist auch cool, ja. Das ist richtig. Ich vergiehne. Aber musst du den Trigger ausfüllen? Musst du das machen? Ne, musst du nicht. Kannst du entscheiden. Kannst du auch in die Hand nehmen. Weil du gar keinen hast. Also wenn du gar nicht irgendwas bringen kannst. Ne, musst du nicht. Okay, klar. Dann hast du echt Glück gehabt, ne? Ja, du hast nur 2 Schockmaves drin, das weiß ich ja. Kannst du Schockmaves ziehen, Neva? Kann ich auch ziehen, ja. Ist sogar noch krasser, wenn du ziehst, Alter. Du kannst dann nämlich einen von deinen Charactern plus 4.000 geben, Alter. Und dann kannst du noch einen K.O. machen, der weniger als 3 kostet. Oder 3. Das ist übersick, Alter. Also Rick. Resen. 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 Ziehen. Und Donny. 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 Make up funny. Jetzt wird es nämlich lustig. Du hast noch 2, ne? Ah, ja, ja. Wie viele Handkarten hast du? 2. Und keine Active Dawn, Alter. Wilde Angelegenheit, Bratanovic. Negativ. Ich geh mit... Ich dachte, dass du eher den Blocker einsetzt, um zu entscheiden, weißt du? Ne, du musst erst mal auf safe gehen, Alter. Ich geh mit, ähm... Problem ist, dass mein Killer nur auf wasted Karten töten kann. Ah. Deine Shockwave kann ja alles töten. Muss ja nicht gemein. Das ist ja krass. Ja, deswegen sind wir okay, die Karte, Alter. Die wird auch, wie gesagt, viermal in meinem normalen Deck gespielt. Ich geh mit... Ich hab mir Fullbody mit 4 um 8.000. Ich geh auf dein Leben. Auf mein Don, ja. 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 Gut gemacht, dann. Dann geh ich mit... Ich könnte sogar mit der oben auch noch mal rein gehen, ne? Kann ich mit der Blocken, auch wenn die gerestet ist? Ja, ne? Scheißegal, oder? Das ist einfach ihre Fähigkeit. Glaub ich mal, oder? Würde ich schon sagen, ne? Ich geh mit... Ne, würd ich sagen. Klar. Kann das sein, ich greife dich einfach auf Spaß an, oder so. Mit dem 1.000er. Mit meinem Canoverdok. Hm. Was mach ich denn jetzt? Ich geh so und dann nochmal so. Dann muss ich eigentlich... Ich geh so mit dir auf dein Don nochmal, mit 5. Wow. Du kannst nachrechnen, ob das funktioniert. Mit 5? Mhm. Alter. Scheiße. Okay. Dann geh ich mit 8 nochmal. Okay. 6.000. 7.000. 8.000. 9.000. Gott sei Dank. 2.000, oder? Was ist der letzte? Der letzte Abbus ist immer 2.000. Ah, okay. Ah, okay. So, bin ich dran, ja? Kannste ähnlich machen. Okay, am besten. Letzte Donkarte kommt dazu, ist klar. Du hast keine Dings mehr. Ob das jetzt ein bisschen zu überholt war. Ich frage mich, wie viele Karten hast du noch? 2. 2. 2. 2. 1. Ah, das ist die Frage davon inwenden. Was kannst du machen? Schwierig, Alter. 2 Schottwilz auch liegen gehabt. 2 Schottwilz auch liegen. Hat das schon so ein crazy lucky, Alter. Oh, mein Gott. 1. 1. 1 2. 1 2. 1 2 1 2 Okay, ich hab mich entschieden. Ich booste meinen Don, meinen Lieder, ich sag mir schon Don. Mit 2 Don sind 7.000 und greif dein Lieder an. Mit 7k. Mit 7 in the k, Alter. Mit 7 in the fucking k, Digga. Also entweder das ist ein genialer Zug oder nicht. Jetzt bin ich aber gespannt. Wie viel hast du denn da noch an Don? Ein paar. Das sind 3 und das sind auch noch mal. Dann Wessick meine 3 Don Karten, macht die Fähigkeit von meinem Don. Und greift nochmal mit 7.000 an und hoffe du bist K. Gehst du nochmal mit 7? Wer ist der Winner? Ich kann blocken. Ah fuck, ja. Ah fuck, Alter. Echt, ja? Okay. Auf uns per turn, ne? Dann spiele ich Trafalant Ballerlo und sette mein Dings auch nochmal. Aber musst du ja nicht irgendwie? Ne, ne. Greif nochmal mit 7.000 an Schäfern. 7.000 auf Schäfer? Ja. Scheiße, ich hab leider nur ein Counter für 27.000 auch, Alter. Smoker gerade gezogen. Ich hab leider keinen Counter. Aber gut, Runde, Alter. Scheiße. Scheiße. Hättest du hier noch was anderes machen können? Ne, hättest du nicht machen können. 3 Tech auf dein... Schade, Mann, Alter. Oh, jetzt hat ich noch einen Blocker gezogen, Alter. considerable. Säfer Middle ja, Moment club. Säfer Middle Aufpasst die Platt zu spüren werden! Untertitelung des ZDF, 2020